Tju, jo, was geht? Wieder sind wir dabei bei Don't Starve und, jo, setzen wir mal unsere Reise fort, würde ich mal sagen. Netterweise darauf hingewiesen worden, dass ich den Ingame-Sound letztes Mal zu leise hatte, was ich nun nicht fand, aber hey, gut. Wenn derjenige es fand, dann habe ich ihn diesmal ein wenig lauter geschraubt, werde das nachher in meinem Bearbeitungsprogramm auch nochmal durchfließen lassen, dass ich eins ein wenig lauter mache und wir brauchen eine Schaufel. Warum, zeige ich euch in geringer Weise gleich. Wir müssen... Wo war denn der Friedhof? Der war hier. Wir laufen richtig. Ne, wir müssen weiter hoch. Nämlich wurde mir gezeigt, also habe ich besser gesagt in einem anderen Let's Play gesehen, dass man hier diese Krügel ausgraben kann und dann ziemlich interessante Sachen da findet. Ja, Tiny Rocket. Und das kann man ziemlich gut für unsere Science Machine verwenden, damit wir auch sehr schnell vorankommen. Und ja, das, denke ich mal, machen wir auch gleich. Weil ich meine, wäre ja doof, wenn wir das jetzt nicht verwenden. Wir könnten jetzt so schnell uns was hochbauen. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Oh, die erstmal einfach gleich. So, dann gehen wir mal kurz zurück und tun das gleiche mit alles rein. Ja, ey, kommen uns nicht zu nahe. Ja, komm, 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 komm. Mach, mach, nein, doch nicht, doch nicht. Geh weg! Geh weg, du scheißvieh. Okay. Was hat denn das jetzt bestimmt geschwankt und das sei eine Targo oder wie? Was geht denn mit dem ab, Junge? Alter Spalter. Na, der hat ja Probleme. Gucken, was das bringt. Ja, das ist schon recht übel. Also, da kann man sich so mit einigen paar Sachen, kann sich schon richtig viel holen. Wie man sieht, sind wir jetzt bei 435. Das ging recht schnell, würde ich sagen. Ähm, oh. 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 Durch den Updates sind jetzt neue Sachen dazugekommen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Oh ja, also beim Update haben sie mal wieder richtig zugelegt. Das ist natürlich... Was brauchst du denn hier für? Alchemieke. Boah, die haben ja ganz schön viel dazu. Protection from death. Okay, das ist natürlich sehr geil. Aber als erstes möchte ich bitte die Lock Suite. Das ist ein Sleep Dart. Wie mein? Okay. Aber als erstes möchte ich gerne... Ach, das haben sie auch billiger gemacht. Okay, das haben. Bei Rufin möchte ich dann auch Woked haben. So, und jetzt muss man nämlich nur noch... Wie sieht denn der aus? Ach, der hat gar keinen Bart. Ach ja, übrigens kann man so ranzoomen. Warte mal, der will bestimmt da rein. Danke. Hey, der hat sogar noch im Loch verschwunden. Seht mal, wie nett ich bin. Ich lasse sie sogar sich noch im Loch verschwinden, damit die nicht gleich irgendwie draußen rumliegen. Das wäre echt unfair. Das wäre wirklich gemein. Aber das muss ich machen nicht. Wir haben immer noch sauviel, also... Diese scheiß Fischchen nerven. Geht mal weg. Ähm, wir brauchen nur ganz viel Gras. Ähm, wir brauchen erstmal ganz viel Gras. Das ist richtig. Wie viele Robes brauchen wir denn eigentlich, um uns dazu zu bauen? Oh, viel? Oh. Okay, da müssen wir echt Gras formen. Jetzt mal. Na gut. Soll ich das Problem sein, nur so ein bisschen Gras abzufarmen? Oh, da hätte ich jetzt echt Lust. Wenn wir unsere Locksuit haben, dann können wir auch mal richtig... Achso, ich kann ja mal erklären, was die so macht. Ähm... Die macht, dass wir erstmal... Die hat dann auch so wie diese Werkzeuge 100%. Und wenn die voll ist mit ihren 100%, also sagt, immer noch da ist. Die kann auch kaputt gehen, logischerweise. Kriegen wir gar keinen Schaden. Also wir kriegen nicht ein bisschen Schaden, sondern wir kriegen gar keinen Schaden. Und... Guck. Die haben das Inventar auch anders gemacht. Guck mal. Das fällt mir jetzt auch grad auf. Okay. Na gut. Ich wollte das... Ach ja, wir haben noch hier... Ah, wir hatten noch gebraten. Na gut. Na gut, kann man sich nicht ändern. Jetzt haben wir sie schon genommen. Beeren sammeln müssen wir auf jeden Fall auch noch. Weil man denkt immer, man hat hier viel Essen. Ja, aber am Ende... Naja. Ist das dann ganz schön tückisch und du blöd? Mann, jetzt mach das doch hier fertig, bevor du weggehst. Das musst du auch von alleine merken. Ja, da haben sie schon ganz schön viele schöne Verbesserungen angebracht. Möhren. Und hier Essen. Passt schon. Flint können wir auch mal wieder mitnehmen. Haben wir auch nicht mehr so viel. Aber wir haben bei uns halt so viele Teile liegen. Also so viele Steinteile. Dass wir genug Flint haben eigentlich. Zwölf Gras haben wir schon. Ey, das wird ja sogar ziemlich gut. Das wird ja sogar... Boah, Junge. Kannst du es jetzt endlich mal hier zu Ende bringen, bitte? Was brauchen wir dann noch? Dann brauchen wir noch Holz, ne? Ja, gut. Wir haben eine Axt noch. Eine Axtbeziehung von... Boah. So, 16. Erstmal... Erstmal... Äh... Roh-Apfe. Aber hier ein paar Bäume. Nein. Okay, wir müssen nach Hause gehen. Schade. Ich dachte, wir kriegen es halt zusammen. Schade. Aber wir sind auch erst mal fünf Minuten. Oh, da runter müssen wir. Alter, wir müssen ganz schön weit laufen. Wenn nicht, also wenn es mit der Zeit nicht reicht und ich sehe, ja, okay, das reicht jetzt nicht. Dann... Wenn ich... Mach ich mir ganz schnell hier in Lagerfeuer. Oh, das könnte richtig knapp werden. Ich darf nicht so auf die Map schauen, man. Dann würde es auch nicht so knapp werden. Aber ich will mal, dass ich auch richtig laufe, ja, okay. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Und wir haben kein Holz. Hier wollen wir das Ding anzünden, bitte. Na, wo ist anderes da? Okay, wir müssen schnell nochmal Holz holen gehen. Komm. Komm, 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 komm. Halt das Ding ganz schnell. Boah. Jetzt will ich verarschen. Na, komm. Leg die schnell hier ab. Ich brauche auf jeden Fall eine Schest. Was? Nein, 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 nein. Komm. Huf. Alt, das war knapp. Aber das wird niemals für die ganze Nacht reichen. Na gut, dann müssen wir zur Not dieser... Gras verbrennen. Dann haben wir nichts anderes mehr. Wir haben noch hier... Ich bring die ein bisschen was. Boah, scheiße, Mann. Das wird richtig knapp. Ich möchte auch ordentlich was krass verbrennen. Geh ja weg. Willst du dich? Ja, ich beobachte dich. Komm, ey, das müssen wir jetzt einfach machen. So. So lange ich die Rüstung nicht habe, möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Komm, eine können wir uns noch bauen. Haben wir übrigens schon mal ein bisschen was. Wo schmitzelt denn die Spinne jetzt rum? Ne, bitte, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen. Mache dich ab. Geh weg. Geh weg. Können sie normalerweise attacken und wir würden sie auch schaffen, denke ich. Aber naja. Man wehs halt nie, wisst ihr. Da warte ich lieber die Nacht noch ab. Okay, haben sie nichts dazu gefügt. Ja, auch. Doch, Bock, Pott. Ähm, Alchemie Engine, okay. Hier haben wir irgendwelche Tools hinzugefügt. Ne, aber die haben, die haben ein paar Tools weggenommen. Wir wollen vorher mal mehr Tools. Achso, ne, nur wenn ich da dran gehe wahrscheinlich. Ja. Ja, Razer haben wir. Luxury Axe. Regal Schaufel. Okay, cool. Ah, okay. Also das sind wahrscheinlich dann die besseren Sachen noch. Wo man Gold dann dafür braucht. Wie bei Minecraft sozusagen. Aber das Spiel ist nicht wie meinköftig, dass das jetzt wieder welche falsch verstehen wird. Und weil Ausrage. Und das hatte ich alles schon. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist mir hier erforschen. Wo war denn das? Chest. So, aber es wird Chester forschen. Jetzt können wir ein paar Sachen mit... Ne. Die Bär nehmen auf jeden Fall... Warte, die koche ich schnell. Wenn man nämlich hier schnell... Zack. Zack, weil dann... Das bringt einiges um einiges mehr, wenn die gebraten sind. Das sind halt eine Sekunde oder so mehr. Und das bringt halt dafür auch 25% mehr. Deswegen lohnt sich das. Beides mit. Das Teil pflanze ich gleich wieder. Damit uns hier keine Bäume verloren gehen. Haben wir überhaupt mal eine Achse oder ist die kaputt gegangen? Ne, wir haben noch eine. Wir haben noch drei große Bäume. Und ein Hase, den wir uns auch gleich holen werden. Oder auch nicht. Mal schauen. So. Gleich ist kaputt. Wusste ich. Wir brauchen so Ast, ne? Ja. Verdammt! Da haben wir aber auch schon einen. Also mit solchen Ästen hapert es uns echt gerade ein bisschen. Wir wollen dann sowieso erstmal auf Kriegsfahrt gehen. Wartet. Komm! Aha! Die sind so fies. Also Flint haben wir genug, aber... Diese kleinen Äste sollten wir vielleicht echt mal formen. So. Locksquid haben wir nämlich auch bald fertig. Komm! Mache fertig jetzt hier. Zack und zack. Ich finde es cool, dass man das behält, wenn man es schon einmal vorsteht. Wäre auch blöd, wenn nicht, ja. Also echt irgendwie unnötig. Und... Fertig. Sehr schön. Pflanze mir gleich ein paar neue hin. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich dachte... Ich hab halt... Lol. Ich erzähl euch, wie ging das denn? Nein! Pflanze mir wieder hier hin, Mann. Ähm, Entsperr. Können wir denn schon... Ups, da. Können wir schon wieder Wops machen? Nee. Können wir nicht... Haben wir denn schon genug Wops? Nee, haben wir auch nicht. Wir hätten ja genug Gras gehabt, aber... Unser Feuer wollte ja nicht mitspielen. Komm. Komm. Noch ein wenig. Ich glaub, achte brauchen wir, ne? Und wir haben sieben. Okay. Ja, nö, das muss zu gehen. Ähm. Ist das mal bitte? Danke. Jetzt kann ich nämlich auch wieder ein bisschen was tragen. Wie viel brauchen wir denn für die Kiste? Erst solches, drei Holzes. Ja, ja, wenn wir unsere Dings gebaut haben, können wir uns jetzt auch gleich mal eine Kiste bauen. Das, denke ich, ist ganz praktisch. So, und jetzt müssen wir uns ja eigentlich... Ach nee, wir müssen erst Wops machen. Das finde ich schon ziemlich geil. Man muss ja echt ein bisschen mehr craften als die in Minecraft. Und jetzt können wir uns das bauen. Zack. Haha. Jetzt kriegt man erst mal kein Damage. Das viel will sicherlich da reinrennen. So, danke. Und... Fertig, fertig. Ähm... Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die Loks. Jetzt müssen wir hier Bretter bauen. Ja, da brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Oh, no, no. Wo ist es denn? Haben wir. Haben wir.